World Cup 25. Juni 2014 Ecuador vs France Kommentar von D seltsam kennt sie Video, Ecuador hat im ersten Spiel gegen die Schweiz mit 1 zu 2 verloren, dann gegen Honduras mit 2 zu 1 gewonnen. Gegen Frankreich gab's eine Niederlage von 0 zu 3. Frankreich, gegen Honduras ein Sieg von 3 zu 0 und auch ein Sieg gegen die Schweiz mit 5 zu 2 dürfte hier der Favorit sein und Frankreich wird das Spiel gewinnen. Untertitelung des ZDF, 2020